So, natürlich kein Problem, er holt sich den Ball. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Und jetzt der Schuss, der passt ganz genau, fast nur dann ins Tor. Ich bin mir nicht sicher, ob er das so wollte, aber es passte perfekt. Trauen wir ihm das doch einfach mal zu, Wolf. So ist der Schuss auf jeden Fall unhaltbar.